Wer bewusst und vorsichtig umgeht mit seinen elektronischen Begleitern, der hat bei der Installation einer neuen Smartphone- oder Tablet-App oft ein schlechtes Gefühl. Denn wer weiß schon so genau, worauf diese App alles zugreifen wird, selbst wenn nicht die Kamera oder das Mikrofon freigeben, den Zugriff auf die Adresskartei natürlich bestätigen muss. Das Einzige, was man doch wirklich weiß, ist, dass das Smartphone mittlerweile das halbe Leben bestimmt und deshalb extrem sensiblen Umgang verlangt. Das stellt vor allem die Entwicklerinnen und Entwickler von Apps für öffentliche Dienstleister vor große Herausforderungen. Denn sie müssen ganz besonders transparent und sicher agieren, wollen sie, dass die Apps auch genutzt werden. Nicht zuletzt die quälende Diskussionen um die Corona-Warn-App haben das deutlich gemacht. Deshalb haben sich Expertinnen und Experten für digitale Bürgerrechte überlegt, wie man die Entwicklung solcher bürgerfreundlichen Apps unterstützen kann. In einem von der Stadt Wien geförderten Pilotprojekt hat nun die österreichische NGO epicenter.works ethische Leitlinien für die Entwicklung von Apps herausgebracht. Sprecherin Petra Schmidt habe ich nach der Motivation dazu gefragt. Wir sind ja eine Grundrechts-NGO für gelebten Datenschutz und damit war es uns auch wichtig, dass man sich eben um dieses Thema App-Entwicklung auch mal Gedanken macht, weil es ja heutzutage ein sehr prominentes Thema auch ist, weil die hauptsächliche Internetnutzung passiert ja mit Handys. Und damit wollten wir auch ein Role-Model eben für App-Entwickler verfassen, statt im Nachhinein immer nur zu kritisieren und dazustehen und zu sagen, nein, so geht das nicht. Da kam uns das eben sehr gelegen, dass es diesen Wiener Projektfonds vom digitalen Humanismus der Stadt Wien gibt. Die haben uns auch unterstützt mit diesem Projekt und wir haben da so ein Team mit unterschiedlichen Expertinnen zusammengestellt, um so einen Rundumblick zu entwickeln auf das Thema. Und daraus haben wir dann Fragen entwickelt, die eben in dieser speziellen Mischung von Software und Hardware stecken, was eben so Apps ausmacht. Und diese Leitlinien sollen also ganz konkrete Anforderungen formulieren an App-Entwickler, worauf sie achten sollen oder was sie auch sein lassen sollen. Was sind denn die wesentlichen Inhalte, die sie zu Herzen sich nehmen sollen, wenn sie Apps entwickeln? Ja, vielleicht ist der wichtigste Punkt dabei, dass es um eine Strategie bei dieser App-Entwicklung geht, wenn es um die öffentliche Hand geht, also wenn da App-Entwicklungen stattfinden. Weil wir eben auch gesehen haben, dass steuerfinanzierter Code für offene Software hergenommen werden muss und nicht für proprietäre Software geschrieben werden muss. Und da ist eben so die ganz einfache Faustregel, dass es eben Public Money, Public Code, Public Space und das Ganze in Open Source und dass es eben auch nicht verhandelbar sein sollte, über diese Themen zu reden, wenn es um proprietär oder um offenen Code geht. Dieser Leitfaden Ethics in Apps ist sozusagen ein Schwerpunkt auf die selbstbestimmte Nutzung von den UserInnen. Das heißt also, dass ich als UserIn mehr Selbstkontrolle habe, mehr Kontrolle über den Datenschutz habe und dass ich auch eine Wahlfreiheit habe, was diese Datennutzung der BetreiberInnen betrifft. Also das können eben Behörden sein oder auch Unternehmen. Aber es geht eben hauptsächlich um diese Wahlfreiheit, die ich ja heutzutage oft nicht habe. Da geht es eben darum, dass man einen Leitfaden hat, der beim App Store beginnt, dann eben sich auch mit den allgemeinen Beschäftsbedingungen auseinandersetzt, bis hin zu Betriebssystemen oder mit vorinstallierten Apps, die man eben nicht los wird, wenn man nicht mindestens ein halbes IT-Studium absolviert hat. Außerdem ist es aus unserer Sicht eben notwendig, dass die UserInnen auch wissen, wie lange man ein Handy benutzen kann. Also eventuell auch mit einer veralteten Softwareversion. Dass man aber ein gesetztes Datum hat, um zu wissen, wann diese Obsoleszenz durch fehlende Updates zuschlägt. Und es muss eben die Möglichkeit offen sein, dass man das auch mit alternativen Systemen weiter betreibt, dieses Gerät. Also wie es zum Beispiel bei Linux mit alten Computern möglich ist. Und dann war halt noch ein ganz großes Thema die fehlende Transparenz, weil aktuell ist es halt für NutzerInnen kaum bis gar nicht möglich zu erfahren, welche Daten durch die Nutzung der Apps von Dritten verwendet werden oder dieser Nutzung halt auch ernsthaft zu widersprechen. Und das war so die Idee von Ethics in Apps, dass all diese Zustände geändert werden müssen und wir erstmal einen Leitfaden entwickeln, um eben nicht im Nachhinein als die Feuerwehr dazustehen. Deshalb hilft es also im besten Fall bereits vor der Entwicklung der App als Checklist. Was wird denn da ganz konkret geregelt oder wo dran sollen ganz konkret App-Entwicklerinnen und Entwickler denken in Sachen Datenschutz und Informationsfreiheit? Wir finden also, dass ein ernst genommener Datenschutz wirklich schützen muss und eben den UserInnen eine wirkliche Wahlmöglichkeit zur Einwilligung oder zur Ablehnung geben muss. Und da sehen wir halt, dass da momentan schon sehr, sehr viel Übergriffigkeit herrscht in diesem App-Markt. Dann haben wir halt auch festgestellt im Laufe dieser Arbeit an diesem Projekt, dass diese Zustimmung oder Ablehnung eben sehr kleinteilig zu gestalten ist, um da eben die maximale Wahlmöglichkeit auch offen zu lassen und auch gleichzeitig die Zwecke der Datenverarbeitung zu erklären, weil je transparenter die Zwecke sind, desto eher habe ich vielleicht auch eine freiwillige Zustimmung der UserInnen. Wir haben uns da Gedanken gemacht, wie man diesen Datenschutz also möglichst nachvollziehbar und transparent gewährleisten kann und wir fanden eben da ein Ungleichgewicht zwischen den UserInnen und den AnbieterInnen. Also im Speziellen, wenn es jetzt um staatlich finanzierte Apps geht, muss die Zustimmung und die Datenfreigabe eben sehr transparent und sehr fair gestaltet sein, weil nur so bekomme ich Vertrauen in die Technik und in die Digitalisierung, die damit zusammenhängt. Und wenn es um Informationsfreiheit geht, das richtet sich also direkt an Verwaltungen und Behörden, um eben verbindliche Qualitätsstandards für den Zugang zu definieren. Also wenn Verwaltungen um Apps erweitert werden, muss das eben denselben Standard haben wie in der Papierwelt. Und da geht es dann auch zum Beispiel um die Zeit, weil die Zeit der UserInnen auch wichtig ist und die Arbeit wird mit Apps eben gerne auf die UserInnen abgewälzt. Und das sollten eben Apps grundsätzlich nicht tun und schon gar nicht Apps, die der Verwaltung teamen. Können Sie das mal am Beispiel klar machen, wie sich das auswirken soll? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Papierformular und da muss ich drei Zeilen ausfüllen. Wenn ich aber auf einmal ein nicht analoges Formular habe und da muss ich dann zehn Seiten ausfüllen und die muss ich dann noch an zwei Stellen versenden, dann wird es halt schwierig. Also es geht einfach darum, dass ganz viele Geschäftsmodelle ja sozusagen Einsparungen damit machen, indem sie diese Arbeit aus der App heraus an die UserInnen auslagern. Also Beispiel Flugbuchung. Habe ich früher ein Reisebüro gehabt, hat jemand für mich gemacht, heute mache ich das alles selbst. Ich bin sozusagen das Reisebüro in der Hosentasche. Ich kann also bei einer staatlichen App habe ich ja keine Möglichkeit zu sagen, nein, dieser Appstore oder diese App gefällt mir nicht, ich nehme jetzt eine andere. Und deshalb muss ich eben in diesem öffentlichen Bereich noch wichtiger als bei kommerziellen Apps den Informationsabfluss auch offenlegen und diese Wahlfreiheit gewährleisten. Oft geht es ja auch ganz klar darum, dass zum Teil eben halt auch Geld fließt, dass die Nutzung von Apps zum Beispiel auch Geld kostet oder dass damit auch Geld verdient wird. Was wollen Sie denn im Kontext von Verbraucherrechten klarstellen? Also zuerst ging es uns da überhaupt nicht bei unseren Gedanken um Geld. Das war so eins der Themen, was dann auf Stelle 15 des Manifests folgte, sondern für uns war ein ganz wichtiges Thema, die Kontrolle über die Sensoren zu behalten. Das war so eins der ersten Sachen, die da aufgepoppt sind in den Diskussionen mit den Fokusgruppen. Was in den Fokusgruppen auch ganz vorne aufgepoppt ist, war, dass man die Zeit und die Intention der Userinnen respektiert. Also man muss es sozusagen einfordern, dass der Intent, warum ich eine App nutze, auch respektiert wird und nicht so, du suchst nach irgendwas und bekommst, was ich dir verkaufen möchte. Also als Verbraucherinnenrecht ist natürlich die komplette Kontrolle über mein Telefon auch ganz wichtig, weil ich kaufe einen Gegenstand und bin formal gesehen Eigentümer dieses Gegenstands, aber ich bin eigentlich nur Besitzerin, weil möglicherweise zusätzliche Services da drauf gekoppelt sind, also zum Beispiel App-Stores oder Cloud-Dienste. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass eben das nicht ist, dass diese Kopplung stattfindet. Also dass ich tatsächlich eine komplette Kontrolle, ein komplettes Eigentum über dieses Gerät habe. Und es muss eben auch in diesem Zuge aufhören, dass ich ein halbes IT-Studium benötige, um vorinstallierte Apps loszuwerden, die ich vielleicht nicht möchte, weil sie Dinge tun, die ich auch nicht möchte. Dazu gehört natürlich auch erstmal diese Information überhaupt zu haben, was tut diese App, damit ich weiß, dass ich das nicht möchte, was diese App tut. Das allerwichtigste Recht, was sehr häufig in der Fokusgruppe dann diskutiert wurde, war, diese Profilbildungen zu verhindern, damit ich also eben eine Zustimmung geben muss für eine Profilbildung und die nicht immer automatisch heimlich im Hintergrund stattfindet. Welche App-Entwicklerinnen und Entwickler sollen sich denn ganz konkret mit ihren ethischen Leitlinien auseinandersetzen und sie befolgen? Haben Sie da eine ganz klare Zielgruppe vor Augen, von denen Sie meinen, dass Sie sie auch tatsächlich wirkungsvoll adressieren können? Also wir hoffen das natürlich sehr, dass wir es wirkungsvoll adressieren können, weil unser Hauptfokus zunächst erstmal in den öffentlichen Sektor geht, weil gerade im öffentlichen Sektor eben oft sehr wenig Budget dafür ist. Es ist aber Steuergeld und es gibt aber sehr wenig Expertise, also vor allem in digitaler Projektumsetzung. Und da spielt dann auch oft Zeit eine Rolle. Komischerweise sind aber Aufträge aus der öffentlichen Hand bei der Wirtschaft aus unterschiedlichen Gründen sehr beliebt. Und die Empfehlung dieser Unternehmen führt aber dann oft dazu, dass man eben teure oder proprietäre oder beides Produkte verkauft bekommt. Und wenn diese proprietären Produkte dann mal implementiert sind, dann werden diese speziellen Anwendungen, die die Verwaltung dafür braucht, auf Basis dieser Plattformen programmiert. Und dann bin ich in diesem proprietären Code gefangen. Und das mündet dann eben oft in so ein Desaster aus Abhängigkeiten. Und aus Datenschutzsicht ist das ja sowieso eine ganz schwierige Geschichte mit proprietärer Software, weil das eben oft Blackboxen sind. Ich weiß nicht, was die im Hintergrund tun. Da sind Teile von Code drin, die ich nicht kontrollieren kann. Und teuer ist die ganze Sache meistens auch. Das war eben die Idee, dass man hier von Anfang an eine Hilfestellung hat, die man beachten kann. Und dieses Ethics in an App Manifest versucht, einen Vorschlag zu machen, wie man eben eine bessere App-Entwicklung machen könnte. Und dieses frei zugängliche Werk ist ein Leitfaden und eine Hilfestellung und hilft eben vielleicht im Vorfeld, nachher Probleme zu verhindern. Und wenn nach der Verwaltung oder neben der Verwaltung sich dafür auch andere interessieren, herzlich willkommen. Es steht da. Es ist Open Source. Es ist frei zugänglich. Man kann es nutzen. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn die andere Anwendungsmöglichkeit wäre, daraus eine Art Qualitätssiegel zu entwickeln. Also so eine Art App-Ampel, so wie die Lebensmittelampel ja auch eine Art Hilfestellung geben soll für User, die sich nicht 24-7 mit Digitalisierung beschäftigen wollen. Das wäre dann eben auch die Idee, eine Entscheidungshilfe für Verbraucherinnen zu sein. Über ethische Leitlinien für die Entwicklung von Apps sprach ich mit Petra Schmidt von epicenter.works in Wien. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.